Um Wände einzureißen, braucht es manchmal keinen allzu großen Kraftakt. Dieser Mann, in Polen jedenfalls, versucht eine baufällige Mauer lediglich mithilfe eines dünnen Seils und eines Opel Corsas zu Fall zu bringen. Der erste Versuch schlägt fehl, aber der Autofahrer gibt nicht auf. Immer und immer wieder gibt der Mann im Corsa Vollgas. Bis er schließlich vor einem Trümmerhaufen steht. Nach einer Weile macht der Mann sich dann ans Einsammeln der Ziegelsteine und denkt dabei wahrscheinlich an sein großes Glück, dass diese einstürzende Mauer nicht sein Auto erwischt hat. Oh, k***a! Tak, tak, ty na pewno. Kurwa, lepiej to robisz. Nie, naprawdę, bo ty za bardzo piłujesz, a to nic ci nie daje, musisz cofnąć i puknąć. Ich bin da. Ich bin da! Du bist du! Der wird! Du hast noch ein bisschen fließt! Oh, du bist du! Na, chi? Oh, kur... Oh, kur... Oh, kur... Oh, kur... Oh, kur... Oh, kur... Hier, 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 kur... Kur... Die, an, mich ist der Lebsen? DER DAU F Oh, 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 oh.